Hallihallo und ein kleines Erinnerungsvideo, denn wir haben einen Livestream geplant am 27.10.2017, ein Freitag, wahrscheinlich morgen. Also ich gehe mal davon aus, dass ich diesmal daran denke, das Video Donnerstag hochzuladen. Und ja, wir spielen das Übliche, wir fangen an mit The Last of Us für Playstation 4 und da könnte es langsam dem Ende entgegen gehen. Wir werden sehen, ob wir es in diesem Stream schaffen. Danach geht es mit Legend of Grimrock weiter, wo wir weiter mit unseren Bares-Ferraris-Charakteren durch den Dungeon schreiten werden. Das wird sehr cool. Und als Absacker hintendran Terranigma für Super Nintendo. Und da haben wir noch ein gutes Stück vor uns, aber da haben wir Zeit, uns hetzt ja keiner. Ich hoffe, ihr seid dabei und bringt gute Laune mit. Euer Alex sagt tschau.